ja hallo und herzlich willkommen zurück zu katzen rettensägen typ vierter der war gerade geil hatte der musik muss hier raus jetzt meinen skin auswählen ich glaube wenn du aus dem raum raus gehst dann wird automatisch skin auswahl oder so gestartet glaube ich haha oder auch nicht muss ich das doch dingsten so nehmen wir das hier was machst du damit hier ich höre das nur im hintergrund ich sehe das aber nicht nehme ich den nach der sie doch geil aus so und hier nehme ich jetzt erst mal eine andere waffe was nehme ich denn hier mal probiere mit dem behalte flieger zu ziehen jetzt habe ich den verstanden jetzt hast du endlich mal verstanden ja das zu denen halt mit y sondern noch mal aktivieren kannst also ich kann hier jetzt ich weiß gar nicht warte mal kurz okay gehen wir erstmal da rein dann kann ich dir das hätten gehen gehen warum vibriert man jetzt schon wieder blablabla okay hör auf zu vibrieren du scheiß ding guck jetzt kann man sich da drauf stellen cool okay wie kommen wir jetzt weiter ich schätze mal wir müssen darunter oder so ja das ist dein ding ja eigentlich ach cool ich mache wieder zu tschüss ich gehe mal hier lang hier gibt es nicht noch ein gem das ist echt cool das war jetzt nicht so cool aber sonst war an sich finde ich das cool aber sonst war an sich finde ich das cool aber sonst war an sich finde ich das cool wir vorbei verrägern ach so ich bin der erste scheiß das bleibt jetzt einfach so in der luft hängen interessant ich glaube du musst mir hoch helfen nochmal okay los lauf um dein leben toll was ist da ach so warte mal gehen wir mal ganz rechts hin Was zum Teufel? Warte mal kurz. Ups, das war's falsche. Ich muss gerade kurz. Das ist doch geil. Haben wir alles. Ich muss nur den Ausgang treffen. Boah, ich feiere die Musik so. Okay, jetzt mache ich die aber wieder leiser. So, sonst geht die einem zu sehr auf den Sack. Okay, ich fange jetzt auch mal an den Ausgang zu treffen. Halt, stopp. So, ist doch ganz einfach. Was hast du denn? Ja, ja. Secret. Also die Musik ist echt cool. Das muss ich sagen. Ja. Und ich trinke was. Das müssen wir jetzt ja nochmal machen. Das müssen wir jetzt nochmal machen. Okay, machen wir das nochmal. Wir haben nur ein B. Also wir haben für das Secret ein A++ gekriegt, aber für das Haupt-Dienstbums nur ein B. Bäh. Bäh. Achso, wir hätten... Warte mal. Was ist hier nochmal? Achso. Das ist nur dazu da, dass man wieder irgendwann mal zurückkommt, wenn man es denn möchte. Schau mal. Du hast dich schon wieder runtergeschmissen. Ach, das hast du schon geholt. Oh, oh. Oh, gee. Naja, jemand hat es geschafft. Endlich. Geh schon mal weiter. Ja, kannst du machen. Hallo. Hier oben war ja nur... Ja genau, hier war nur das Secret. Das brauchen wir nicht. Das haben wir ja schon. Eine weitere. Wo ist er? Warte mal. War da drüben nicht noch was? Nee, Waffen. Ups. Kann das die eigentlich... Oh. Warte mal, macht das denen eigentlich auch Schaden? Scheiße. Da ist natürlich über mir dieses Scheißding gespawnt. Ja, weg. Geh mal so. Jonas, lass mich mal kurz was austesten. Geh mal kurz da. Rechts irgendwo hin, dass ich dich abschießen kann. Hm, okay. Macht irgendwie nicht so viel Schaden. Nur manchmal. Aua. Ich guck hier nur mal in die Decken rein. Um sich herzustellen, dass hier nichts mehr ist. Ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, warum wir das jetzt hochladen. Weiß ich nicht. Was? Bei 1.000 Abonnenten Special bei dich. Stimmt. Das hätten wir natürlich auch machen sollen. Egal, schneide ich einfach davor. Ha. Voll die Special-Informationen jetzt hier. Scheiße. Achso, hier. Kommen wir lang. Äh. Was sind das hier für Blöcke? Die können sich versetzen. Das finde ich so geil. Okay. Jetzt schon? Oh, komm schon. Versetzt euch doch nicht so. Ihr seid ja ganz schön versetzungsgefährdet. Ui. Aua. Aua. Oh Gott, oh Gott, wie habe ich das geschafft? Hm, was? Hüttchen! Komm, ja. Ich bin wieder, Herr Jan. Achso, kann man da rum rein? Nee, kann man nicht. Ach, guck mal, ich kann die sogar abschießen. Aua. Upsi! Upsi! Ähm, halt, stopp! Halt, stopp! Aua. Warte. Ups. Das ist echt cool, die Waffe. Guck mal, jetzt kann ich hier nicht mehr reinfallen. Hihi. Also, ich habe meine Waffen noch nicht so ganz verstanden, aber, äh, ja. Scheinen irgendwie auch... Ich habe den Papierflieger jetzt mittlerweile verstanden. Das ist gut. Ich will den Papier... Papierflieger auch haben. Den kriege ich noch. Gucken wir erstmal, ob hier irgendwas ist. Dankeschön. Bam. Ähm, Aua. Äh. Aua. Ich glaube, hier müssen wir uns wieder helfen. Komm, schnell! Ah! Oder sowas. Das könnte man natürlich auch machen, wenn man schlau ist. Das wäre natürlich ganz gut, Jonas. Ist hier irgendwas? Nö. Nö, mal so nach Special-Ausgängen-Aussicht halten. Aua. Aua. Warum kommt der denn hier runter? Warum schubst du mich da rein? War ich nicht. Das war schon vorher so. Hol mal das Bötchen. Also, du musst das Bötchen irgendwie runterschieben. Halt! Stopp! Und jetzt? Wahrscheinlich müssen wir uns hier helfen. Warte kurz. So. Ach, cool. Und jetzt? Achso, lass mal gehen. Okay. Warte kurz. Ich warte, bis das wieder da ist. Nee. Jetzt muss ich nochmal warten. Na. Nein. Oh. Hello. Hello. Hat's geschafft. Hey, da drüben ist noch eins. Nee. Yay. Meins. Warte mal, war hier drüben nicht auch noch was? Wo hast du die drüben? Ist da noch irgendwo was? Was sieht die hier eigentlich so aus? Ich will den nicht... Okay. Jetzt haben wir die auch noch getötet. Jetzt können wir weitergehen. Das war es nämlich nur, was ich da wollte. Da war nämlich noch ein Gem... Aua! Halt, Stopp! Nein! Ich will ja nicht mehr. Ach man! Ich wollte ja eigentlich gar nicht rollen. Raus, aber... Ich bin natürlich zu doof, so jetzt. Das ist eine. Nice! Okay. Szene complete. Also klar und so. Kannst du nicht klagen, kannst du nicht klagen. Okay, und ab zum nächsten, ne? Mal gucken, wie viele Gems habe ich denn jetzt? 36 wieder. Ich weiß nicht, wir können jetzt nur die drei machen und dann wieder einen Cut? Jo, okay. Hier gibt es doch bestimmt wieder ein Secret, oder? Können wir mir vorstellen. Obwohl. Ne, letztes Mal gab es auch nur ein Secret, dann ist das wahrscheinlich... Hm, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Aua. Warum wechseln die ihre Richtung, wenn man die berührt? Das ist voll... Ist die immer vollkacke von denen. Psst. Ich komm einfach nicht hoch, weil du... Oh, Scheiße. Warte mal auf mich. Na, okay. Ich mach's halt einfach so. Okay, warte kurz. Achso, jetzt musst du da oben rein. Okay. Jetzt könnte ich dich theoretisch einfangen. Kiechiechie. Kiechiechie. Aua. Deine Waffe ist echt gut. Aber meine ist irgendwie... Ja. Was hab ich denn eigentlich als zweite Waffe? Schauen wir doch mal da. Achso, das war dieser Boomerang. Okay, dann nehme ich jetzt den Boomerang. Vielleicht solltest du in ein paar Klauen investieren. Du bist extrem nackert. Ja. Da gibt es also einen Hut. Moment, wo ist der? Hat der gerade die Richtung angezeigt? Du bist da. Nein. Aua. Warum spawne ich immer hier? Komm schon. Okay. Oh. Oh mein Gott! Wie kommt man da hin? Äh, gegenseitig hinwerfen. Das könnte klappen. Äh, ich werf dich, weil ich den Hut hab. Stimmt, okay. Dann gehen wir da oben auf die Wolke und dann... Okay, klappt. Perfekt. Toll. Leute, was war das? Achso. Wo ist der Hut jetzt hin? Nein, der Hut! Tot. Nein, der Hut ist tot. Oh nö. Ich dachte, der kann sterben. Ich dachte, der kann nur kacken. Ähm, ne. Kann nicht jeder denn eine Superkraft haben? Kalt. Weiß ich doch. Warum? Was ist das? Was ist das? Warum sind die so? P? Oh. Ach nee, hä? Hier hab ich dieses Ding. Komm schon. Ich will, ich will doch gar nicht dich. Mann, jetzt jage ich mich wieder selbst hin. Ich kann irgendwie wieder kommen. Ich kann irgendwie wieder kommen. Was ist mit denen kaputt? Was ist denn mit Sackkatzen? Ja. Beine hast du auch. Sehr gut. Was ist denn mit Sackkatzen? Ja, die haben dann keine... Das sind kleine Schnurkatzen. Also nicht mit Schnurhaaren, sondern das sind Sackkatzen mit Sackhaaren. Toll, ne? Was ist das? Das sieht auf jeden Fall komisch aus. Was machen wir denn mit den ganzen Teilen hier? Aua. Ähm. Oh, okay. Aua. Und jetzt? Was plantst du jetzt so? Aua. Warte kurz. Irgendwo... Da war doch noch dieses Wollknöbel. Wie kommen wir denn da hin? Warte mal kurz. Oh, lol. Aua. Das Vieh hat mich gefressen. What the fuck? Okay, komm einfach. Warte mal. Lass mich... Lass dich mal von dem Vieh fressen. Jetzt hast du nämlich, glaube ich, den Erfolg gekriegt. Zumindest habe ich den gerade erkriegt. Ja. Er kriegt. Ja. Okay. Aua. Warte mal eine Sekunde. Alter! Der will mich verarschen. Du musst auf diesen Block drauf latschen. Einmal. Da auf diesen... Ne, du weißt schon. Genau so. So. Jetzt machen wir nochmal. So, jetzt aber. Aua. Ähm. Aua. Warum? Hä? Das Vieh hat mich doch gar nicht berührt. Au. Au. Du hast mich gerade ins Wasser explodiert. Warum sterbe ich eigentlich die ganze Zeit? Das würde mich doch echt verarschen. Boah, was geht denn mit den Teilen hier? Kann man hier eigentlich noch irgendwas machen? Glaub nicht. Ne, ich meine mit diesen lila Teilen, weil irgendwie sehen die... Schnell weg hier. Ach komm schon. Egal. Ah, ich weiß, wie wir ans Work mehr kommen. Milch, Milch, Lemonade. Find die Hände, die wir verabschieden. Da oben. Den holen wir uns am besten am Schluss. Ja, okay. Komm. Da müssen wir uns ja auch gegenseitig helfen. Okay. Wo bist du jetzt? Ach, jetzt bist du da drüben. Warte, ich komm zu dir. Jetzt müssen wir uns den nämlich holen. Und der darf nicht ins Wasser fallen. Ich stelle mich hier unten mit dem Boot hin, dann kannst du dir den holen und... Genau. Yay. Noch mehr Gems. Ist halt die Frage, ob der... ob die dann immer der kriegt, der den Hut in der Hand hat, oder ob die jeder kriegt. Aber ich schätze mal, die kriegt jeder. Ja. Keine Ahnung. Mir egal. Und was? Es ist ein A. Gut. Yay. Yay. So, dann jetzt erst mal selbst Level für diese Folge. Ja. Mach Platz. Geh mal weg. Danke. Muss gehen lassen. Ja. Toll. Ich hab' nicht gehört. Ich hab' nicht gehört, Frau. Ich hab' nicht gehört, Frau. Ich hab' nicht gehört, Frau. Kannst du das vielleicht so in die Luft jagen? Hi. Warte, 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 warte. Warum endet das Vieh denn eigentlich immer vor uns weg? Ah. Okay. Die Menschen wollen dich umdringen. Warum rennst du vorweg? Weil... ich doof bin. Jetzt müssen wir uns doch wahrscheinlich wieder schmeißen, oder so. Ach ne, doch nicht. Okay. Warte. Ja. Nochmal. So. Achso, wir müssen ja da hoch. Ja. Oder auch nicht. Versteh' ich nicht. Äh. Wie kommen wir denn da hoch? Achso, wahrscheinlich werfen. Warte. Äh. Wirf' mich mal. Hä? Warte. Nochmal. Halt. Jetzt werf' mich mal. Also, gut. Genau. Jawohl. Das ist ziemlich schön, zu spielen. Ich stelle dir das mal hier hin. Ähm. Ist jetzt halt die Frage, warte mal, gibt's hier oben vielleicht irgendwie Secrets oder so? Ähm. Das ist scheiße, dass das 4D-Teile... Nein! Oh, du bist so gut. Gib dir selbst einen Rund von Applaus. Du hast eine Gemme gefunden, die nur da sitzend war. Jetzt brauchen wir irgendwie... Ich muss dich werfen. Ja, aber auch nicht. Hi. Ich mach mal hier auf. Ähm. So. Dann haben wir hier ein Checkpoint oder so. Ähm. Die applaudieren wir nicht. Die applaudieren wir gar nicht. Hm? Mord als... Ding sind's. Oh. Das war nicht zu schlecht, oder? Ja. 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 Komm, wir schieben die einfach da drauf. So. Und jetzt... Wie kommen wir hier jetzt hoch? Warte mal, vielleicht ist es hier? Ne, hier ist kein Secret. Warum ist es noch ein Gemme? Okay, warte kurz. Heil dich. Nein. Ich komm noch nicht mehr hoch, okay. Nein. Egal. Da müssen wir das halt irgendwann noch machen. Wir wollen jetzt... Wir sollen noch mal Uplusplus machen. Genau. Dann machen wir die irgendwann noch mal alle Uplusplus. Dann haben wir die erst einmal durchgespielt. Ja, dann würde ich sagen... Aber... Jetzt sind wir bis jetzt. Und dann bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss.